jawohl servus es geht weiter bei max payne und wir stehen an vorm ragnarok das ist der nachtclub und der name kommt aus der nordischen mythologie der untergang der götter heute allerdings werden ein paar theoristen untergehen wir schauen wie die reinkommen wahrscheinlich nicht durch die verschlossen und da haben wir ein scheißprogramm natürlich die ad baute ist aber nicht nur gut jetzt nehme ich vielleicht pass auf meine abgeschnittene was gibt es noch tickets brauche ticke die reinkommen scheiße nix drin da links stadt beweise schütter für was auch für das sauber gehör da wo ist er oh gott durch die beine geschossen healing dieses sausi und ein versauder ist sie oh schaut eh noch hat jemand einen loppen da bist du rumgefärkelt kompensieren the book had never been a bestseller was mich dann bestseller given the setting i was surprised to find that somebody had been passing time reading the paperback was entitled the age of murder and storm the blurb on the back mentioned norse mythos in ragnarok the end of a viking world with a terrible winter that covered the earth in ice when vile crimes were rampant and all humanity lost i could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time i was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about oh gott kann ich sagen jetzt bin ich da ich misch den nachtclub ein bisschen auf und ich könnt eigentlich mal penkiller verdunke ich hab nix dabei wenn blank da ist was wer pfeift eigentlich ja moment einmal speichern oh gott wo du das denn du sau wer schmeißt mir granaten wo noch einer entschuldige der dunst kompil geh ja kompil geh ja ja gut ich bin gleich dort befürchtet ja das wird kompliziert her oh da ist der dort glaub nicht oder nehm den kram ich seh keine leiche schüe hau ja wo ist der rufa gott ich am ok ich hab die zwei typen zerlegt wir schiessen ihr domat woher schau den aus es gibt freibier schüe bin grad am ozapfen yo was schau da immer er zündelt hör auf damit und da geht der pannkopf schüe wo ist der hoppe ja gut ja was hinter sich jetzt muss ich doch nicht gerne kann das sehen sie warten schon scheiße speichern und da sag ich nicht mehr mein ingram moment ich spring leg das feuer um halunke und das ist ja noch kompil geh vier hopplei ok schau da schau da eigentlich auch schön ja kut noch ein kuttenbrunzer ihr habt jetzt vielleicht pänke lacher bin nämlich schon wieder blank der das weiß ich nicht mehr nicht mehr das eine die nach dem die 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 der gemeint Diese Scheiß-Dier hat sich gewitscht. Ja, auf damit! Oh Gott! Bleib drin, au! Halt mir die Dürfe! Ui da, hat sie das denn? Oha, Volltreffer! Ich befürchte, ich brauch die da! Okay, hat sie sich! Tie-up! Hingrem! Aber, ich bin schon wieder vor's Doji! Ich befürchte, es wird kompliziert! Oh, da ist sie mir! Hingrem! Dann nimm, du Idiot! Okay, war schöner! Oh, schön! Neuer Anstrich! Sonst da wer? Kann er mehr! Gott sei Dank! Und ich brauch die Pinkel auch! Ja gut, haben wir noch ein bisschen mehr! Böcher! Böcher! Böcher auf der Böcher! Was sagt der Böcher? Schon wieder! Moment! Wieder nix! Böcher! Die room war stacked mit lighten Reichen Such wie Necronomicon, Witchcraft, und Paradise Lost Old, Exotic Titles wie Malleus Malfa Carum und Dei Embrerem Rainy Novum Portis Böcher mit Pentagrams auf der Karte all dealing mit dem Ocult und dem Infernal Lying zwischen Stacks of Horror Videos und ein paar Ouija boards The only thing, die ich sehr ernst konnte war, dass Lupino es ernsthaft hat, hat ihn zu sparen viel Zeit Ich bin intim mit dem Lied Ja gut, Paradise Lost ist übrigens eine gute Metal Band, gell? Und da liegen laut der Böcher über Okkultismus rum! Diese Teufel sind Beta! Ich treib ihnen einen Dive aus! Wir laufen mal speichern! Okay, weiter geht's! Ich bleib nicht da! Ein Tuner, ha? Wie gefallen! Jetzt wird mir wahrscheinlich gleich Granaten umsonfliegen, ha? Konne Granaten! Geschüsst! Wo ist? Sekund! Au! Mein Bein! Wo ist sie vielleicht? Ja gut! Ich glaube das geht schön, oder? Das war ein bisschen... Scheiße! Ja gut! Vielleicht nochmal! Sammenegger so! Machen wir eben so! Und ich sollte öfter speichern, glaube ich! Ist gesünder! Mitpassen! Jetzt warte er an! Links hinten einer! Koppel! Er gibt die! Ich habe keine Munde mehr! Das ist mein Problem! Jetzt nehm ich! Die Beretta! Leck das! Geh mit runter! Hast du Peinkeller? Ich habe drei Stück! Gott sei Dank! Und ich habe wieder Frau Molotow! Die heiße Braut! Da ist sie zu! Was? Da ist sie auch zu! Wohin? Da bin ich gekommen! Jetzt geh ich vielleicht! Achso, doch vielleicht eine! Etwas! Die geht nicht schön! Die klemmt! Jemand da! Oh! Bleib drin! Das war eine knappe Sache, gell? Das ist immer so riskant, gell? Ich bin nicht da! Das wird abgeschnitten! Pyro-Control! Geil! Was tut denn da! Wow, schön! Die Säuse! Ja gut! Gib dich mehr! Wer stört? Wahrscheinlich! Sprich! Sprich gleich rein rüber! Okay, gespeichert! Was haben wir da? Bitteschön! Bitteschön! Beschenkt des Hauses! Oh! Ich habe alle angezogen dazu! Die Schweine brennen! Was? Aber es gibt einen Ausschlag! Her damit! Geht's! Geht's! Kommt schon! Irgendwann rief ich schon! Weck das! Und da gibt es wieder Drogen! Weg damit! Im Drecksteig! Kohle, schön! Und ich kann dich mitnehmen! Mach du! Ist gescheit! Und es gibt Penkel auch, schön! Acht Stück habe ich! Großzügig! Da gibt es nichts! Money! Ja, wohin? Achso, da eine! Schön! Oh Gott! Oh Sau! Hör auf damit! Ui! Oh, schön! Die Abfallklappe! Jetzt hat er mich getroffen! Wer worden ist! Na, da ist er schön! Das war scheiße, gell! Ui! Schaut ihn aus mit der Ingram! Okay, Problem gelöst! Aber, da ist nur einer! Wo ist der? Ja! Das meine ich auch gesessen, schön! Er liegt damit! Die Sau! Warte! Und ich bin angeschlagen! Wo ist das? Wo ist das? Wahrscheinlich nicht her! Kommt gleich noch einer! Na, kann er mehr, schön! Gott sei Dank! Muss ich! Wo bin ich jetzt? Bin ich draußen! Geil! Brauche ich ein bisschen frische Luft, schön! Bin ziemlich weit auf gekommen! Da sind wir! Warte! Wo kommt der her? Der weg! Und jetzt muss ich! Da mal! Wenn möglich, ohne runterfallen! Ja gut, er möchte auch sehen! Der langlauf! Hey, da zieht's aber! Halt mal ein Schnupfen! Oh Gott! Ihr sollt am besten nicht herbefallen! Ich bin nicht versichert! Und! Ich bin nicht versichert! Noch recht zu mich! Aha! Ich krieg das! Der Watcher! Wie wär's denn mit... Mit Frau Molly! Oder vielleicht lieber mit Ingram! G'sünder! Komm geh aus da an die frische Luft! Luft. Warte, ich geh. Der Stubenhocker. Aua. Liegt schon. Wer noch? Da noch einer. War nix, Kumpel. Na, natürlich, es gibt Nachschlag. Und da müssen mal dringend die Putzfrau den Dreck wegrennen, gell? Hab ein bisschen rumgesaut. Verschwind, Kumpel. Und da drüben säg ich pengen, oder schön. Ganz ein Schrank voll. Echt netter. Oh, schön. War so ein Abflug. Ich weiß nicht, wo es schlimmer war. Die Kugeln oder der Absturz. Moment. Nimm mehr mit. Gott, wo kommen die Kugeln. Wow, nie bin ich gespeichert. Drei Penkel verbrotten. Ich do jetzt speichern.